allihallo herzlich willkommen zu einer weiteren multiplayer ausgabe hier in forza horizon 3 und ja es heißt abschied nehmen alle gegen toyota heißt dieses format aber es heißt eigentlich abschied nehmen von toyota denn wie viele von euch wissen wird es im nachfolger in horizon 4 keine toyota und auch keine lexus mehr geben da ist allerdings nicht playground games oder turn 10 schuld wie viele immer irgendwie das mein warum auch immer die schuld hat toyota selber nämlich die möchten ja nicht mehr in den spielen vertreten sein wo man irgendwie autos tun kann denn toyota ich weiß nicht warum möchte ein ganz neues image die wollen überhaupt nichts mehr mit tuning zu tun haben und dann schaut man sich dieses fahrzeug hier an und denkt okay toyota supra ich meine das ist das tuning auto schlechthin aber okay ich möchte japaner nicht in frage stellen sie wenn sie meinen damit ja kriegen sie mehr käufer wenn sie nicht mehr in spielen vertreten sind naja nichtsdestotrotz wir neben abschied von der marke und das wie gerade eben schon gesagt in einem alle gegen ein duell und da haben wir ein paar schöne duelle rausgesucht einmal haben wir toyota supra gegen honda nsx r um es mal vollständig zu machen dann haben wir noch einmal hier mit dabei toyota selica gt4 gegen ford spt cobra r und dann haben wir noch mal jetzt muss ich selber überdenken klappt das toyota supra 2.0 gt twin tour wo kommt das ein ja gegen mazza savannah rx 7 und dann haben wir auch noch mal ein sehr sehr schönes duell und zwar toyota corolla gegen ford escort erst 1800 und dann haben wir einmal ja pärchen duel wenn man so möchte toyota gt 86 gegen subaru rz und zu guter letzt haben wir dann noch einmal den toyota jetzt muss ich gerade mal gucken wo der auf der liste steht es ist nochmal ein selica gt4 rz st 185 gegen den mitsubishi galant vr 4 ein fahrzeug von toyota vermisse ich hier tatsächlich sehr schmerzlich das ist der trueno aber da gab es einen passenden duellgegner für deswegen ist er nicht dabei aber ich glaube die duelle die wir haben sind ja schon sehr sehr gut mit dabei heute in form von den fahrern ist akos biabo ergos flyer huber murmel sowie mts der spaßvogel das muss man ja nicht lange raten klar offensichtlich schreibt mal in die kommentare noch schnell in den zweiten account 1000 bringe hä wieso 1000 was kriegt man denn dann hier im most wanted status man kriegt auf keinen fall ein stern das ist ein mythos bei level 2000 ja wie immer gilt die reifen sind aufeinander angepasst worden damit da eine entsprechende chancengleichheit herrscht und das traurige muss man ja eigentlich sagen ist dass das spitzenduell tatsächlich super gegen nsx ist also nicht traurig im sinne dass das top-duell ist sondern traurig im li aspekt denn 730 ist heute das ist die höchste li und das auch nur durch die reifen und das auch nur weil die tatsächlich bessere reifen bekommen haben traurig aber das unterstützt ja eigentlich nur noch mal die these toyota sind halt geil wenn man zitiert und das einfach mal so die am anfang der folge in den raum noch mal zu schmeißen kann man diese aussage nicht auf 98 prozent aller japanischen autos zu treffen ja ja ich meine japaner haben mittlerweile schon ein paar ein paar gute sport also zum beispiel der neue nsx oder sowas würde jetzt klar ja genau aber im gewissen sinn sind die japaner oder der kult um die japanischen zeuge oder zumindest mal die fahrzeugen die wir als kult japaner bezeichnen würden alles eigentlich juni und die sind auch extrem gute tunikisten aber in der serie sind sie meistens naja selbst selbst ein gtr also ein r34 skyline ist halt in der serie zwar von den leistungs eckdaten schon okay aber es ist jetzt auch nichts weltbewegendes es ist erst krass wenn du den motor halt aufpimmst und der ist halt geil der ab 6r b 26 ja du musst schon hoch schalten ja ich bin schon im vierten aber der ist noch nicht ausgedreht warte gleich bin ich da warte gleich bin ich da warte das war ein interessantes du in der fall 2kw gell 2kw ja und 14 kilo unterschied glaube ich ja bhz kostet mehr ne hat er wieder im witz gerissen aha wir sollten lachen ja max du erst später ja max du bist hier zu früh aufgefallen du in fünf minuten dann ne huber das war der witz der vorher offline noch erzählt würde ich wollte gerade sagen der lacht über den witz von vor der aufnahme ach so ja stimmt der mit der schwangeren oder was genau da geht wieder unsere werbefreundlichkeit verloren hey wir haben fünf mein internet ist abgestürzt ich bin gleich wieder da ja sagt zumindest mal nix ne und die hast du mich über mitschieben nein langweilig doch ja jetzt nicht wieder sie haben ja jaja ja 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 ich drüber es gab ihm über ja du hast bei mir auf äm erster und so ein look a penny move gemacht während dem fahren sah nicht so gesund aus vorsicht gleich kommt noch was vorsicht kurz rum ob alles noch was ich klar hast du mich gerade geschoben Wow! Yeah, ich hätt' mich hier geschoben. Da war noch ungefähr ein Meter Platz zum Flo. Was zum Klo? Ich wollt' ganz sagen. Flo, Flo, Klo. Klo, Klo. Verdächtig. Wow, Huber, du bist auf Grundschulniveau. Glückwunsch. Ich bin ein bisschen zu weit vorne, wa? Ja, ich dachte sogar. Denn das hört er öfter. So. Äh, okay. Versteh' ich nicht. Ich auch nicht. Hä? Bin ich mal gespannt, was wir für ne Geschwindigkeitsgrenze kriegen. Joa, ich würd' mal sagen, 300 0 schaffen sie alle. Im freien Fall, ja. Im freien Fall schafft man das. Ja, richtig. Also die Hälfte wird schon schwer. Getune schaffen wir. Ähm, ne, ich würd' sagen, da das Japaner sind, zum großen Teil. 180. 180. Ja, wie ich schon sag, 180 0. Machen wir. Schauen wir nicht. Schauen wir nicht, ne. Schauen wir nicht, ne. Schauen wir nicht, ne. Nein. Also bei 150, ab 140, 150 können wir... Da macht ihr halt 100 0 da ganz hinten. Oh. Jo. Aber im Rückwärtsgang. Können wir 88 0 machen? Ne. Können wir nicht. Wir fahren keine deutschen Fabrikade. Achso. Das ist 88 0. Ja, hab ich grad verstanden? Ja. Ich weiß nicht, was du meinst. 180 0. Ah, okay. Oh, der Ende vom Tacho 0. Bleib einfach am dritten Gang, da ist ein Drehtabgrenzer bei 180. Ja, hab ich versucht, hat nicht geklappt. Boah, das geht... Aber der Ton geht ein bisschen auf den Sack hier jetzt gerade. Ach was. Sie haben ihr Ziel erreicht. Okay. So, fahren wir dann. Ja. Ich hab' die lange noch. So. Kackkiste. Erstmal ein bisschen die Zuschauerabnahme von mir. Boah, die Geschwindigkeit. Jan, Janne, du hast die Hupen an, oder was? Ne, ich trigg' grad den Motor mit hoch. Achso. Aber stimmt, die könnt' ich mal schnell abmachen. Warte. Wo war das nochmal? Hier. Und dann da unten. Dupe. Ein. So, jetzt bin ich gespannt. Ah, warte. Gottes Willen. Ach, die hab ich drinnen. Okay. Können wir, Flo? Äh... Hm. Ich. Boah. Also du zust zum Remsen an die Füße aufrufen. Ja, um das Thema vielleicht nochmal kurz aufzugreifen, warum Toyota diese extrem geniale Strategie fährt. Und zwar haben sie halt gemerkt, dass sie, ja, bei den jungen Leuten kaum noch Toyotas verkaufen. Und, äh, einfach halt, oder sie haben halt gedacht, ja, durch dieses Tuner-Image, ähm, schreckt das halt einfach viele ab. Und deswegen haben sie sich halt gedacht, gut, pass mal auf, wenn wir jetzt die Autos, unsere, äh, die Tuner-Autos aus den Spielen verbannen und nur noch Serienfahrzeuge präsentieren, dann kriegen die jungen Leute garantiert wieder Lust in Japan wohlbemerkt. Also nicht, äh, ihr weltweit, sondern es geht um die japanische Kultur, äh, um das wieder interessant zu machen. Ja, ihr ganz dahinten fährt 100. Können wir auch 120 mal haben? Ja, warte, ich probier's mal. Wie wir alle gesehen haben, bei Audi hat das gut funktioniert. Können wir auch 120 hochgehen? Das Problem ist halt, dass die japanische Kultur oder die japanische Jugendkultur relativ wenig Interesse an Autos aktuell hat. Also generell. Äh, ich verstehe allerdings nicht, wie man, wenn man, äh, ihre Marke oder eine Marke mit Tuning, wie auch immer, also, aus Spielen verbannt, wie das dann der Marke oder den jungen Leute förderlich sein soll. Also, das ist mir auch nicht so ganz schlüssig. Aber, ja, lassen wir sie einfach jetzt halt mal ein paar Jahre machen. Ich glaube, boah, Alter, seid ihr langsam. Wir sehen's im nächsten Horizon. Wir fahren 120. Ja. Ihr kriegt wie in der 30er-Zone. Also, keine Ahnung, was das soll. Und, äh, man muss aber dazu auch noch mal einhaken, falls sich der eine oder andere wunderte, es ist doch ein paar Toyotas dabei. Ähm, also alle Toyotas, die zur Racing Division gehören, die sind dabei. Also, es geht rein nur um die Serienfahrzeuge und nicht um irgendwelche Rennwagen von Toyota. Die dürfen weiterhin in Spielen vertreten sein, weil die irgendwie anders zählen, warum auch immer. Also, wir bekommen in Horizon für den TS050, wow. Oh. Ja, haben wir immer einen Toyota. Oder die neue Supra-Racing-Konzept. So. Okay, wunderbar. Ich glaube, wir sind durch. Dann machen wir mal. Ich hatte, ich hab's vergessen. Ne, ich hatte 76, glaub ich. Andi? 63. Yabo? 59. Aragos? 92. Flyer? 87. Uber? 108 Meter. Äh, Raffi? 85. Murmel? 84. Igi? 88. Alter. Traut er mir meine Zahl, ey. Einfach mal, einfach mal raus jetzt, ja. So, äh, Tami? 79. Garface? 72. Yuma? 99. 99. 99 Toyotas. Achso, ja. Entschuldigung. Boah, bist du schlecht. Mal schauen, wie viele Solarpanels die Autos schaffen. 88. 80. Minus 3. Ich, ich könnte jetzt sagen, aber ich mach's nicht. Ich sag mal, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, 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 neun. Ich fahr einfach schon mal los. Ja, ich fahr einfach schon mal los. Komm, Malu, wir fahren auch schon mal vor. Gucken, ob ich 150 schaffe. Und, jawoll. Also, wo, soll ich neben dir fahren? Ja. Fahr mir, was deine Rollen kommt für's Gute auf der Autobahn schaffen. Das kommt. Schüben. 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 Schüben mit Ü. Nein, mit Ü. Ergos, schieb ab. Raus aus meinem Windschatten, sonst... Ich schieb ab. Schieb ab. Ich schieb ab. Ich schieb ab. Ich zeig mich am... Entschuldigung. Ich zeig mich in Deutschland. Soviel. Oh Mann. Oh, 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 oh. Wollen wir die Aufnahme der schlechten Witze? Soll ich's machen, oder soll ich's nicht? Nein, soll ich's machen? Soll ich's lieber nehmen? Nein, ich überlege grad was anderes. Wir wollten, dass sie wohl noch ein bisschen halten. Also egal, egal, was hebt euch für die nächste Folge auf. Oh, ist doch voll scheiße mit so einem Japaner-180 abgeregelt. Wenn ich da wenigstens hinkommen würde. Ich kann mit vielen deutschen Autos mithalten. Auf der Autobahn. Janne, ich hab das Gefühl, ich bin schneller. Ja. Er wird langsamer wieder. Das Gefühl hab ich auch. Nicht bei 300 Just-A-C-Hack-Haus. Und... Hey, wieso zieht der Ford rüber? Arschloch. Entschuldigung. Das ist ein Ford-Fahrer, was erwartest du? Ich ja, da unten rechts ist so ein Pedal, ne? Also Top-Speed möchte ich jetzt mal nicht meckern. Alter. Aber es dauert halt echt lang, bis er da mal hinkommt. Komm, komm, der Spitz-Bagger. Ja, das steht auf dem Tafel da. Top-Speed 250. Wenn sie von Hamburg nach Berlin fahren. So, Huber, mach ich erstmal zu hier. Nein! Eher von Berlin nach München. Oder in Nürnberg. Hey! In Nürnberg. Okay, soll ich das jetzt zählen? Ja, ja, klar. Logisch. Das war der Plan. Nein. Ach, halt, das ist ja der Ford. Nee, nee, dann zählt's nicht. Der Philpitz schießt dich ins Knie. Klar, das wäre nochmal 23 kmh obendrauf gewesen. Das glaub ich. Gut, ja, fangen wir mal an. Oh. Kurvenlage. Toyota Supra abgeregelt 180. Gut, NSX abgeregelt 180. Nee, lass mal. Nee, also, ich hatte 284. Andi? Das ist jetzt lustig. Ich glaube auch, ich hatte 284. Wenn ich weniger oder mehr hatte, dann schreibe ich's dir. Okay. Alles klar. Äh, Scarface? 204. Aschloch. Biabo? Äh, Entspannte 170. Jaragos? 260. Flyer? 250. Äh, Huber? 252. Raffi? 269. Wommel? 256. Iggy? 255. Tamin? 262. Garface? Hast mich doch heute noch gefragt. 204. Juma? 268. Ja, ich hab dich einfach nur gefragt, ob du dich noch erinnerst. Das war jetzt jetzt auf die offizielle Abfrage. Also, ich hätt gern die 227 genommen, aber die durfte ich ja nicht. Ja, ist richtig. Aber ich wollte dich nur kontrollieren, ob du mich nicht bescheißt. So, hab ich jetzt jemanden vergessen? Nee, oder? Garface vielleicht? Weißt du, Micha, wie viel hattest du? Ja, mich, Micha, ja, okay. Ja, okay. Das ist klar, scheiße. Die 2kw wieder. Bardo, es driftet. Ja, wenn man... Da fahr ich jetzt nicht hin. Wir fahren hier Rallye Autos größtenteils. Da geht das auch. Da geht das auch. Wo ist mein Auto? Nein, du musst noch schüben, du musst noch schüben, ja. Schüben? Schüben? Aber du musst jetzt dem Event beitreten. Mit Doppel-Ü-Ü-Ü-Ü-Ü. Ah. Mit Ü und Bindestrich. Nein, das hat einen anderen Hintergrund, aber das darf ich ja nicht erzählen. Ja, das ist vielleicht bei dir auch besser so. Das würde ich ja so gern haben. Gefühlt ist die Sortierung auf dem Account hier anders. Gefühlt geht die Veranstaltung zum Einrichten wieder 100 Jahre. 2.000 Jahre später. Hey, das finde ich unfair. Ne, ich finde das unfair. Ich will vorne starten. Binnen, zufrieden. Ja, genau. Ja, mein Gott, du hast 2kw mehr. Reißt du wieder den Bonus raus, oder? Schon klar. Ja, als Low-Level-Spieler darf man mal vorne starten, ja. Ist die Koalition aus? Koalition. Die Koalition? Ja, die Koalition ist verboten. Ja, wusste mich, dass wir debattieren. Nein, nicht überholen. Nein. Aber wenn Toyota jetzt eines des Videos sieht und auch seht, dass Toyota am Ende vielleicht gewinnt, das weiß ich jetzt natürlich nicht, dann sehen sie ja, wie toll wir nicht tunen. Genau, das ist der Moment. Und dann sagen sie, ah ja, können wir ja drin lassen, tunen ja eh keine unserer Autos. Weil die so toll sind. Ich gebe alles dafür, dass Toyota nicht gewinnt. So ist der so langsam auf der Geraden. Ja, sieht man. Also ich habe kein Problem mit, dass mein Auto langsam ist, aber wenn die Reifen nicht aus Holz wären, das wäre super. Ja. Das wäre super. Brennen die schon? Schreibt doch noch eine Beschwerde an Toyota. Ja, die haben Subaru. Ja. Du kannst ja so ein bisschen wachsen, dann geht es vielleicht. Im Endeffekt das gleiche Auto. Im Endeffekt das gleiche Auto. Ja, aber er hat zwei KW mehr. Der Subaru ist einfach eingefahren und dein Toyota nicht. Ich glaube dieses Auto ist irgendwie... Daran wird es liegen. Auf jeden Fall. Auch wenn ein Subaru fährt, er sollte trotzdem mal Toyota schreien. Für dich. Fremsweg wie ein... Ich habe den Checkpoint nicht geschickt. Ich habe den Checkpoint nicht geschickt. Ich habe den Checkpoint nicht geschickt. Boah, wie lange ist denn so eine Kommissübe? Uber, warum stehst du hier? Was geht los? Boah, ich will gerne Bremsen. Boah, Alter, Alter. Was ist das für Bremsen, ey? Scheiß, Ami. Scheiß Kurvenlage. Kannst du einfach nicht fahren, du Flasche. Es war so klar, dass er jetzt was sagt, ne? Alter, aber echt dumm. Als ich beim Fox-Moddy bei den Kurven lag, zum Beispiel ist ja auch das Dümmste, was ich je gehört habe. Was? Das ist wieder mal das Dümmste? Mal wieder. Ja, es kommt leider sehr oft vor. Ja, an die Zuschauer, falls sich der ein oder andere fragt, warum da zum Beispiel kein Nissan Skyline GTR R34 dabei ist, was ja auch ein prima Duell-Partner für der Supra wäre. Scheinlich. Bewusst eine Gedankenpause gemacht, weil das jetzt genau wusste, dass da jetzt einige getriggert sind. Ähm, ja, das hat einfach den Grund, dass wir geguckt haben, dass wieder eine schöne Magenvielfalt bei den Gegnern dabei ist. Außerdem halt auch Heckantrieb gegen Heckantrieb ist halt ein bisschen sinniger hier in Forza. Und ja, um auf den Titel zurückzukommen, es heißt der Supra im offiziellen Chancor. Aber die Supra ist natürlich auch erlaubt. Nein, 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 nein. Das sind sowieso komplett bescheuerte Diskussionen. Und mein Gott, gibt's da Gesetze oder wie? Ja. Also es ist halt tatsächlich so, es ist tatsächlich so, so vom Klang her würde ich jetzt auch eher die Supra sagen. Aber, äh, die Toyota. Aber offiziell, offiziell wurde von Toyota in Deutschland mit der Supra, der Toyota Supra, äh, beworben. Oder geworben. Und, ähm, genau. Ich schaff's noch, ich schaff's noch. Also Supra ist tatsächlich männlich und nicht weiblich. UBER. Bezieht sich wahrscheinlich 99 an der Toyota Supra. Sie sind mich leicht gedemütigt. Das hast du schon gemacht, Flo, bist schon abgeblieben. Aber schlussendlich ist es so, in den ganzen Kreisen, unabhängig für welchem Modell, jeder darf eigentlich selber entscheiden, ob es für ihn ein weibliches oder ein männliches Fahrzeug ist. Also, naja. Deswegen finde ich auch die M4 schön. Ja, bei die, bei, bei, bei die M4 muss ich halt leider immer an dieses schnell feuernde Gerät denken. Ja, die M4 ist so, ja. Also, das, ich mein, damit die M4 mit dem schnellen Backfire, ja, ist logisch. Mit Anti-Lag, meinst du, oder wie? Ja. So, so schnell ist die gar nicht. Schieben. Äh, achso, wir nehmen das nicht. Ja, ich hab gedacht, wenn wir schon hier stehen, nehmen wir doch einmal hier die nächste Veranstaltung. Wollte gerade sagen, wo sollen wir überhaupt hin? Dass wir diese tollen Autos nicht weiter bewegen müssen. Korrekt. Ihr hättet trotzdem geportet. Geh ich davon aus. Ja. Ey, Aragors, warum hast du mich mit Ruhe angestupst? Strandflitzer. Ja, ich weiß nicht. Das ist ja so, wie Flo und ich mich. Denn, es wird ja immer mehr. Floooon. Noch ein Platz zusätzlich. Ja, toll. Und, du überholst mich doch eh. Ich sehr gut. Also bisher haben wir immer ähnliche Startpositionen gehabt. Ja, finde ich scheiße. Okay. Warte, jetzt bewegt dich doch mal, scheiß Giste. Komm, ich war extra rüber. Aber langsam, glaube ich, es wäre vielleicht doch besser gewesen, gegen GTR anzudrehen. So wie du hier startest, ist es ja genauso wie Allrad. Ja, Mittelmotor halt. Gibt es doch nicht, dass der Mann so schnell ist. Ja gut, aber Mittelmotor heißt ja nicht, dass man besser startet. Im Vorzeh, glaube ich, schon. Glaube ich weniger. Ich glaube, Raffi hat leichte Connection-Probleme. Oh Gott, bremst die Dinger. Ray, hier ist die Kurve. Ja, ja, ich weiß, aber das Ding bremst halt nicht. Oh stimmt, wann muss ich denn da bremsen? Buh, ich bin Zweiter. Ah, ich war Zweiter. Ähm, hallo, 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 ich würde gerne um die Kurve. Ja, hallo, Hilfe. Oh. Das ist das Problem, wenn man ohne Bremslinie fährt, dann kann das auch mal ins Auge gehen. Können wir vielleicht mal von den Stadtkursen lassen. Oh nein, das ist ein Bumpf. Oh, 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 oh. Ist tatsächlich auch der Einzige, wo ich mitfahre. Einfach viele. Alter, Manu, komm. Also tatsächlich nicht, damit ich die Bremspunkte kenne, weil die habe ich trotzdem selber. Aber einfach nur, damit ich weiß, okay, da kommt eine Kurve. Für sowas gibt es auch eine Minimap. Ich wollte gerade sagen. Weil ich auch die ganze Zeit über auf die Minimap schaue. Du musst dich die ganze Zeit gucken, es reicht so ein Augenblick. Na, theoretisch kannst du auch mit der Minimap fahren. Ja, da kommt jetzt eine lange Gerade. Also eine Schwer. Die 2kw, komm, die 2kw. Die 2kw reißen es raus. Gerade ist schlecht. Gerade ist ganz schlecht. Ich hasse geradeaus. Oh, komm, ich fass voll neben Garnier. Oh, komm, ich sag's dir doch. Das war knapp. Komm, wer hat die bessere Linie? Das macht gar keine... Das ist so dumm einfach. Oh, Mann. Ich darf meine Fettuschalte. Also theoretisch könnte ich auf der Garnkrad schnell noch was trinken, so lahm Aschi, wie ich fahre. Ich bin bei 210. Ich bin jetzt bei 150, das ist auch schlimm. Manu, ich dachte, ich hätte zu früh gebremst. Vor allem der Schreie noch dann. Oh, das war so klar. Man hat sich gehört, wie er gestorben ist. Ja, Raghos, das ist dumm, ich bin nochmal vom Gas gegangen, nochmal auf von der Bremse gegangen, weil ich jetzt... Ja, weiter. Okay, gut, ja, du bist bei mir. Was denn, Ray? Ja, wenn du aber die Menschen umfallen kannst. Sehr gut, Manu. Also ob man da hängt, Leimkrad, was ist das für eine Scheiße? Bist du auch an dem Zaun hängen geblieben? Oh, da war fast ein Zaun. Das gibt's doch nicht. Bist du an dem Eck dran hängen geblieben? Eigentlich, ich weiß nicht. Also ich bin auch dran hängen geblieben. So ein Quatsch, ey. So ein Quatsch. Ich halte mich ab jetzt von Bäumen fern. Mann, damit ist das Rennen gelaufen. Das werde ich nie wieder vergessen. Ich halte mich aber auch fast an dem Eck zerschossen. Bleib ich nochmal über diese Straßenballen zum Zaun hängen? Bis jetzt ist es ein ziemlich trauriges Duell hier, ey. Alter, ich bin froh, dass Toyota nicht mehr drin ist. Oh, ich bleibe bei 88% stehen. Wie gesagt, zum Tune sind die geil, aber in der Serie habe ich mich noch nie überzeugt. Noch nie. Der BRZ ist praktisch das gleiche Auto, nur besser. Ja, ist richtig. Wir nehmen nicht auch immer den BRZ. Deswegen verstehe ich auch die Trauer und den GT86 nicht so wirklich. Ich finde es schade, wegen Lexus ist die auch wechseln. Ja, der LFA, der war geil. Das stimmt schon. Der LFA muss eigentlich. Der RCR finde ich halt super. Ja. LZ500. LFA, das war einfach nur wegen dem Sound. Das war schon ein Kaufgrund. Ja. Deswegen habe ich drei. Ich kaufe den Rasenmäher, du hast den selben Sound. Nee, ich habe nur einen, weil dann... Ja, da hat er auch schon drei von. Das ist nicht ganz turist. Nee, das ist ja ein Staubsauger. Es ist vorne, es haben wir ein Rasenmäher mit L-Ausort. Mach mal das Abwechslung jetzt mal ein Stadtkurs. Was bin ich auf die Kommentare gespannt? An dir halt die Fresse. Nee, machen wir nicht. Und jetzt die Wiesenlandschaft? Nee. Nein. Erstens geht Max gleich wieder. Ich komme den Berg nicht hoch. Komm mich ja gleich mit der Gerät. Ja. Aber alle Fahrhilfen an, ne? Ja. Alle. Waren wir da sogar schneller? Nee, gell? Nee. Machst du halt fünf Sekunden langsamer. Manu? Hm? Lass es. Also pro Runde. Ja, ja. Aber die Strecke ist halt für das Auto einfach nur richtig geil. Ja. Wir starten. Ich glaube ich bergauf, da. Oh. Okay, ich bleib stehen. Also sieht auch gut aus hier, Anni. Start nach hinten. Ja. Mal hinporten, natürlich. Ja, klar. Sesto Elemento, nehm ich. Weil wir schickst die ganze Zeit ein Ultima vor und dann direkt ein 918. Hm. Hm. Dann kommen ganz viele Autos mit dem Neuschel. Ja, ja. Mein Toyota sieht jetzt aus wie ein 918. Das ist aber tuning und so. Da ist ein Nachbau, gell? Das ist nur Optik. Das ist nur Bodykit. Ich habe Bodykit dran geplant. Das ist noch. No, genau. 918 und Getriebe von dem Toyota hier. So gefällt mir das schon besser. Ja, genau. Alles klar. Reragos, du hast 2 KW. Nicht verarschen? Jetzt halt die Klappe mit deinem 2 KW. Oh, Level 33. Ja, wir starten im leichten Gefälle. Ich kann auch gleich stehen bleiben eigentlich. Okay, tschüss. Tschüss. Okay, ciao. Wir sehen uns dann in der nächsten Runde vielleicht. Ja, dass es doppelte Punktzahl gibt, muss ich glaube ich nicht sagen. Wenn ich so da vorne die ersten sehe, dann habe ich das Gefühl, es könnte eine Überrunde möglich sein. Jo. Jo, der Andermäer, die einfach den Rasen. Und ist auch noch schneller damit. Er ist halt ein Rasenmäher, sagst du. Deswegen ist R im Namen. Jetzt verstehe ich alles. NSXR. Ist ja auch Honda. Ist ja auch Honda. Die haben auch ja noch Honda Rasenmäher. Stimmt. Oh Gott. Keine von der Yamaha. Nope. Gibt es die überhaupt? Neeein. Kack, Checkpoint. Gibt es die Automower wahrscheinlich. Und, geht die voll? Yo. Das ist eigentlich bei den meisten Japan-Modellen. Da ist fast überall ein R drin. Shit, mal verraten mehr. Civic Type R. NSX Type R. Rexos. GTR. Brexos. Runde Type R. Für Rasenmäher. Ja, klar ist das. BRZ Air. BRZ Air. BRZ Air. Nee, der BRZ hat ja schon das R drin. Ach stimmt. Das ist der BRZ. Machen wir zwei, das klingt besser. BRZ oder wie? BRZ Air. Hahaha. Du musst aufs Klo, fällt mir grad auf. Oh Gott. Oh Gott. Da machst du den Garten, da machst du den Garten und dann denken einfach die Nachbarn, du hast einen großen Hund. Oder für die Einbrecher, das ist auch gut. Ja, nee, so groß muss ich gar nicht. Ach so. Also schon groß, aber nicht so groß. Ja. Dann kannst du ja wenigstens dein Revier markieren, ne? Weißt du? Was denn hat dein Auto, okay? Wie die Primaten leben die hier? Darf ich lachen, ich darf ich lachen, ja. Man hört's dir schon an der Stimme an, also mach's ruhig. Äh. Einfach an einen riesen Wasserfall denken. Hahaha. Ich glaub wir müssen gleich mal Flusslauffahren, ne? Hahaha. 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 Einfach laufen lassen. Nein. Hahaha. Huba drücken und einfach laufen lassen. Kennst du das Plätschern einer Gebirnswelle? Gibt's nicht auch irgendeine Rennstrecke, die da direkt am Wasserfall vorbeiführt? Ja. Ja, aber der Wasserfall ist nicht gelb. Hahaha. Das macht nix. Warte, man kann schnell die Texturen ändern. Boah, es ist traurig. Ja, das glaub ich dir. Ich aus Klobos, ja. Hahaha. Oh Mann, ey. Drei Sekunden Zeit und trotzdem wird es nicht ins Ziel kommen. Ja, das ist schon ein ganz anderes. Das ist traurig. Nein, nicht mal die Rundenzeit. Hahaha. Oh, wenn ich Glück habe, kann ich nicht auch um eine Minute Rückstand. Das sind deine 14 Kilo, die du leichter bist. Ja, ja, ja. Oh Mann. Das wäre nicht, das wäre ganz okay. Ich nicht. Ja, du hast ja bis jetzt auch alles gewonnen. Ich find's scheiße. Nein, Top Street haben wir Gleichstand wahrscheinlich. Ja, gut. Aber trotzdem. Also, das ist mal zwei Punkte. Supra kriegt halt echt nix geschehen. Aber da merkt man halt schon, dass NSX halt schon wirklich ein Sportwagen sein will. oder auch ist ein Supra halt, naja. Ein Drifter ist. Ein Toyota. Ein Toyota ist. Genau. Es wird halt nur schön aussehen. Ein ungetuneter Toyota. Oder ohne getunt. Mit ohne getunt. Mit scharf oder ohne scharf. Ne, wir haben mit getunt oder ohne. Ein Toyota Rot-Weiß, bitte. Mit Hu oder ohne. Mit Hu oder ohne. Ich hätte grad einen Supra in der Horizon Edition gewinnen können. Ja, ich hab ihn sogar. Ah, wer will schon Toyota? Ja, genau. Warum 800 kW? Also, ich will kein Toyota. Also, ich will ein Toyota, der getunt ist. Nach heute will ich auch kein Toyota mehr. Ich würde auch lieber den BRZ fahren. Deswegen machen wir ja die Folge, dass wir einfach den Leuten die Lust aufzuholen haben. Wenn das gar nicht so schlimm ist. Zeig mir, wie kacke eigentlich ist die Marke. Scharf, Kinder. Scharf, Kinder. Also, Leute, die braucht ihr nicht vermissen. Die können eh nix. Wenn ihr einen Toyota fahrt, dann müsst ihr automatisch auch aufs Klo. Ah, Gott. Ja. Bist jetzt du dann fertig? Aber nicht zu laut, ne? Huba, du kannst aber, wenn der Brz reinpinkt, der macht auch keinen Wertunterschied. Ja. Vielleicht steigert das den Wert sogar. Das könnte sein. Huba, wie weit bist du von deinem Brz weg? Das könnte sein. Am anderen Ende des Zimmers. Aber Hauptsache, ich hab Backfire. Ah, dann wird's schwierig. Musst du ganz doll, oder geht's noch? Rückfall. Weil, wenn's ganz doll ist, dann könntest du's theoretisch von her schaffen. Ich sag's dir so, ich hab schon eine andere Sitzposition deswegen. Ah, okay. Hast du schon den Eimer bereit? Nein. Man merkt schon, dieser Druck dieser Duelle ist halt nicht jeder gewachsen. Huba, es gibt da noch eine andere Möglichkeit. Wie weit sitzt du denn vom Fenster weg? Das hab ich ihn grad schon gefragt. Das kommt drauf an, was für ein Druck ansteht. Huba braucht nur eine leere Flasche. Ne, aber Andi, Andi, das mit dem Fenster geht er noch. Aber was ist, wenn er Druckabfall hat? dir vorstellen, wie du den Feuerwehrschlauch aufmachst, die erste Ladung geht immer ein bisschen daneben. Einfach nebenüber die Leitplanke drüber. Aber was ich letztens hier gesehen habe, so ein paar Feuerwehrschlauch, die sind undicht. Ja, die tröpfeln doch so nach, gell? Ja, genau. Noch schöner wäre das Rennen bei Regen gewesen. Ich glaube. Wie würde ich schalten? Ich glaube, er hat noch nicht so viel geklaut, aber fahr einfach rechts ran und mach eine Pause. Lieber bis sie übernehmen. Ray, nimm doch mal beim nächsten Rennen mit dem Bett ein bisschen nach. So, zu ihrer rechten sehen sie einen blühterschönen Plätzchen der Wasserfall. Also ich sehe es noch nicht. Sehr gut, Max. Jetzt geht es gleich durch die Pfütze durch, ja? Da könnte es ein bisschen Furcht im Höschen werden. Ja, die Pfütze läuft auch immer über. Hey, hier ist die Straße nass. Wer war das? Das ist auf die. Nee. Ich muss wirklich sagen. Huber kommt jetzt noch. Daniel kommt jetzt noch. Ach komm, den nehme ich voll hier. Oh, der fucking Fluss, ihr habt den vergessen. Nein. Was? Wie lange ist voll? Ich werde bei 160 langsamer. Ich muss mir einfach denken, am Ziel ist die Toilette. Am Ziel ist die Toilette. Also ich habe rechts von mir, also ich habe rechts von mir nach 1,5 Liter Flasche Grabfood stehen, ne? Das ist gerade kein schöner Gedanke. Du glaubst nicht, wie schief die Kiste gerade in der Kurve gelegen ist, Manu. Oh. Hat er so viel Druck, dass ich schon schief bin? Der kommt wieder in 2 kW, gell? Also wenn er gleich schnell ist, wissen wir, dass er da, dass er Druck umgeleitet hat. Ne, da fehlt ein Stabi einfach die nötige Steifigkeit. Soll ich den Tamin machen? Ja, du musst, ich mach's auch. Ist wie mein Kanal, wenn er neu gebaut wird, er muss erst mal umgeleitet werden. Oh Gott. Ist wie mein Kanal, wenn er neu gebaut wird, er muss erst mal umgeleitet werden. Stell dir einfach vor, du willst ihn trockenlegen. Wen will ich trockenlegen? Frag ist es. Nein, nein, Huber versucht aber die nächsten 2 Minuten nicht an Wasserfall zu denken. Wasserfall, 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 Wasserfall. Ja, im Übrigen ist ja ganz krass, man hat im letzten Livestream ja gesehen, die ganzen Wasserfälle in Horizon 3, in Horizon 4, ne? Die kann man ja dann nur im Sommer befahren und ich kann mir vorstellen, dass im Sommer echt gut aussehen. Ja, ja, also Irago ist ganz im Ernst. Oder das ist der große See, der ist zugefroren im Winter, man muss sich auch vorstellen. Und wenn er dann zum Frühling enttaut, an dem Herbst regnet noch ganz viel dazu. Das ist so cool. Ja, aber Huber soll ja nicht an Wasserfälle denken, deswegen. Da sind überall Pfützen im Regenwald. Schau mal, Huber, rechts und links. Wo der Klo spült, dann hört jetzt keiner schnell am Soundbad, oder? Ne, leider nicht. So für zwischendurch mal. Ich könnte grad mal was ausprobieren, aber ich glaub, das kommt nicht so gut. Alexa? Genau. Soll ich, soll ich oder soll ich nicht? Nein. 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 Dann kannst du ja mal probieren. Mal einer so einen Countdown macht, wie viel Anspielungen wir schon auf Wasser gemacht haben gerade. Warte. Mindestens drei. Oh Gott, ich komm nicht rum. Murmeln ist erst bei drei. Aha. Ja, nein, nein, nein. Also ich hab über eine Minute Rückstand, so. Also ich bin im Wasserfall, aber... Ey, bei Huber sind's 2,5 Bar, die anstehen. Nein. Aha. Du hast nur noch Ladedruck. Du hast nur zweieinhalb gesagt, weil ich eben fünf gesagt hab. Wir brauchen mehr Ladedruck. Nein. Oh, du Kackkiste. Ich weiß schon, warum ich da bremse, Eragon. Bremsen, was ist das? Kenn ich nicht. Also ich persönlich bevorzuge ja einen Anker zu abbremsen. Sollten wir mal kurz nachrechnen, nicht, dass der Toyota nachher noch gewinnt. Das sieht grad ziemlich knapp aus, glaub ich. Also sagen wir's mal so, NSX hat bis jetzt alles gewonnen. Oder zumindest unentschieden. Ich hab noch nix gewonnen bis jetzt. Äh, bei mir und Eragon ist das glaub ich grad echt knapp. Aber ich glaub... Also ich bin jetzt nicht sicher, aber ich glaub im Preisvergleich konntest du gewinnen. Ja, das werden wir jetzt nämlich überprüfen. Ja, das ist das einzige, wo es nicht am Fahrrad liegt. Manu, da gewinnst du auch. Äh? Genau. Nicht am Fahrrad liegt. Vielleicht, eventuell liegt's aber auch am Fahrzeug. Das kann gar nix sein. Ne, ne. Fahrzeuge sind so gleich einfach alle. Ja, vor allen Dingen die Toyotas. Ja. Das sind alle gleich. Eigentlich drehen ja die Toyotas gegeneinander an. Ja, das weiß noch niemand. Ne. Toyota gegen Toyota. So. Hat's noch niemand den Teilnehmern gesagt. Toyota-Tag. Dann fangen wir doch mal an mit dem Pricevergleich. Oh Gott. Also, Toyota Supra kostet... Oh Gott. 38.000. Andi? Ja, komm mal. Qualität hat seinen Preis, 90.000. Boah, Alter. Wär ja peinlich, wenn du mich nicht besiegen würdest. So. Äh, Scarface? 88.000. Da war ja klar. Piabo? Ähm, ja. Qualität hat wie er seinen Preis mit 25.000. Aragos? 32,4.000. Flyer? 25.000. Handsome Huber? 30.000. Raffi? 25.000. Murmel? 25.000. Igi? 28.800. Tamin? 25.000. Ach komm. Garface ist es nochmal richtig, bitte? 88.000. Okay, war klar. Habe auf Spaß gedacht. Juma? 19.000. Alles klar. Das ist unfair, ihr schübt doppelt. Habe jetzt allen ernst. Hör auf, mich zum Lachen zu bringen. Hör auf, mich zum Lachen zu bringen. Hüben. 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 Den Witz hast du jetzt gerade schon zum vierten Mal erzählt, das ist so lachweilig jetzt. Ja, das ist ja nur, damit die Anbrecher denken, dass ich einen großen Hund habe. Ja, das hast du schon erzählt. Geh ins Internet und such dir einen neuen Witz, Pianas. Pianas, 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 weißt du, was lustig ist und du nicht? Ich sag gleich Alexa, dass sie einen Witz erzählen soll. Was wie Flo mit seinem Frauenarzt. Und ich sag gleich meinem rechten Finger, dass ich dich bannen soll. Ist es das finale Rennen? Ist es das finale Rennen? Ja. Gott sei Dank. Aber da geht es auch wieder durch eine Puste. Ich hab doch gehört, heute gibt es eine Spezialausgabe. Fangen doch noch drei Runden Goliath, oder? Ja. Ja, unbedingt. Warte mal, gibt es nicht auf dieser Strecke auch noch eine große Fütze? Ja, da kannst du durchfahren. Ja, der ertränke ich nicht gleich. Hier ist eine Tsunamenwassergeburt. Robert, was ist denn jetzt so? Weißt du, da fragt man einmal nicht vor der Aufnahme, wer noch aufs Klo muss, weil man sich denkt, okay, langsam könnten sie es alle kapiert haben. Nee, jetzt passiert sowas. Weißt du? Ja, aber was ist, wenn ich vor der Aufnahme noch nicht musste? Dann trägt man so viel, bis man muss. Alles klar, Huber kriegt da jetzt eine Pamperser-Paste-Aufnahme. Aber ich sag, er muss jetzt hier nur noch dieses Rennen überstehen. Wir wissen, da geht es eigentlich mehr durch so staubige Sachen. Die Pfütze, die es hier gibt, die kann man ja umfahren und... Ohne Durchfahren. Ohne Durchfahren. Ohne Durchfahren. Könnte natürlich förderlich... Ohne Anhalten und kurz Geschäfte erleben. Huber, don't go chasing waterfalls, ne? Oder so. Also, Huber ist eine Asch-Stolz-Bahn. Einfach in einem Blecheimer unseren Schrank stellen, dass wir nichts mitnehmen. Das weg. Ach, guck mal, wie die Röpfchen so auf die Rosarie fallen. Also, es gibt ja Zufälle. Mensch. Da hat ja der Wettercode aber einen Streich gespielt. Da hat er ausgelost, ne? Weißt du? Okay, Sitzposition einnehmen. Nee. Vielleicht dann nehmen sie ihre Sitzposition ein. Ja. Er hat seine Bettpfanne schon fertig. Weißt du? Schau mal, wie schön nass der Weg jetzt ist. Weißt du, Max? Weißt du, wir machen ein bisschen Spaß und Ray haut gleich den Dick-Move raus. Diese Wassertextur ist ja geil. Ja. Die ist richtig gut aufgelöst. Kann der jetzt auch. Die ist richtig gut aufgelöst. Geht mal in die Cockpit-Perspektive, da sieht ihr richtig schönes Wasser über die Scheibe laufen. Ah, geil. Wie das spritzt hier. Wie das spritzt, ey. Max, die Wassertextur kannst du dir gleich... Richtig schön weiß spritzt das hier. Was? Wie denn das? Was? Ja, aber jetzt bist du ein bisschen vom Thema abgewischt. Ja, tschuldigung. Wenn wir gleich gelbe Wege auf einmal haben, dann ist das super. Okay. Gut Fall. Dann hat die Textur nicht geladen. Richtig. Der Rago ist Tandem Drift. Sie hat dann für Huber geladen. Ja. Ne, zum Driften fehlt, da kriegst du die Power. Ich hab gehört... Ich hab gehört, in Horizon 4 gibt's ne Toilettenspülung als Hupe. Wir könnten Tandem Untersteuern machen. Oh, ich bin wirklich in See gefahren fast. Ich hab einfach zweimal meinen Motor-Sound. Komisch. Hast du das Auto doppelt gekauft, oder was? Nee, da vorne Motor, hinten Motor. Ach so. Wie der TT. Von? Vergessen. Also das Collisiones interessiert mich ja auf dem letzten Platz gar nicht. Komisch, was willst du mit dem TT? Da gab's einen Corsa mit zwei Motoren. Gab auch einen TT von Cybertron. Dann hab ich vergessen gerade von wem. VW Up. Von Audi. Ja. Ja. Oh man. Das hat schon Gerücht, Andi. Das hat schon Gerücht. Ein Up-Ausrufezeichen vielleicht. Up auf die Tadaday. Genau. Das ist jetzt grad richtig knappes Rennen fahren, was wir hier machen. Leider. Oh, der Move! Ich muss ja noch mal runterschalten. Die 2kw. Halt die Klappe mit dein scheiß 2kw. Aber oft siehst du halt einfach mehr. Ich hab hier nach hinten geguckt. Was denn sowas? Da ist jemand im 3pxh-Club. Da kann man schon mal nach hinten schauen. Wenn der vor dir ist, ja. Na, jetzt ist er vor mir. Ja. Ruhe. Könnt ihr jetzt mal den blauen Subaru da vorne etwas durch die Gegend schubsen? Ich will mehr Leistung. Ich will einfach nur Grip. Ich will nicht Grip, ich will einfach 2kw. Ich will einfach nur schneller sein. Ich will keine Bäume mehr auf der Map. Kannst du mal im Deathbild gucken, ob du da alle Bäume entfernen kannst. Ja, genau. Alter, was geht denn hier? Was ist denn los? Hab ich genau gesehen. Schiebung, Schiebung im wahrsten Sinne des Wortes. Abschiebung. Huber rutscht, der rutscht. Ja, der hat richtig Drifte gelegt, wenn du mich fragst. Also, Ruffy, was war das gerade? Kauf dir mal Internet. Ah, der Rufizit nach Hause schickt, oder? Kauf dir Internet. Du bist bei mir die Kurve gefahren, hast dich quer gedreht und hast mich voll in Ranger reingeschoben. Mich hast du auch mit in die Wand abgeräumt. Ja, volles Rohr. Vielleicht ist aber eins und eins. Also, Ergebnis zwischen BRZ und GT86 ist hiermit verfälscht. TAMIN! TAMIN! Ey, wie vor bin ich daran schuld? Ich brauche auch nicht weiter nach rechts. Schieße ihn ab, schieße ihn ab! Manu! Was? Ich war doch ganz rechts, Junge! Max, du bist einfach scheiße gefahren. Ich mag's genau, ihr habt nicht fast beim Checkpoint vorbeigefacht. Ja, du hast mich am Checkpoint ganz vorbeigedruckt. Ja, kein Wunder. Es sind zwei Autos und du krachst rein. Was erwartest du, dass du uns wegschiebst? Dass ich irgendwie noch den Checkpoint krieg. Ich glaube, das ist richtig praktisch. Wir wurden alle Runden nach der ersten Unzauber gemacht. So, Ladies and Gentlemen. So, damit schließen wir das traurige, vielleicht aber jetzt auch erfreuliche Kapitel Toyota erstmal. Juhu! Ne, ich meine, ganz ehrlich, das sollte man eigentlich wissen, dass gerade die Modelle, die wir jetzt im größten Teil haben, ein sehr geiles Tuning-Potenzial haben. Ähm. Und, äh, ja, in der Serie sind die alle so lala! Ja, das sollte auf jeden Fall gewesen sein. Ich weiß nicht, vielleicht gibt's noch einen Alle gegen Lexus, ähm, um die auch nochmal zu verabschieden. Ich glaube, das könnte ein bisschen spannender sein, weil doch unter Lexus doch ein bisschen mehr Leistung verfügbar ist. Ähm, ja, ansonsten sind wir aber raus. Ich bedanke mich bei allen und ich würde einfach sagen, jetzt geht's auf die Toilette. Und die Erlösung. Aber nicht zu laut, ne? Plitsch, plitsch, plitsch. Gut, also, tschaui! Tschüss! Tschüss!